Die Führungskrise bei Volkswagen soll mit einer weiteren Erosion der Macht von Konzernchef Herbert Dies beendet werden. Nach einem wochenlangen Machtkampf zwischen dem umstrittenen Manager und dem einflussreichen VW-Betriebsrat beschloss der Aufsichtsrat am Donnerstag einen Vorstandsumbau. VW-Markenchef Ralf Brandstetter rückt zu Jahresbeginn in den Konzernvorstand auf und übernimmt das neue Ressort Volkswagen-Pkw. Und Konzernchef Dies soll Mitte 2022 die Leitung des wichtigen, zuletzt schwächelnden China-Geschäfts an Brandstetter abgeben. Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötzsch zeigte sich insgesamt jedoch sehr optimistisch. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass unsere finanzielle Ausgangsbasis, um die enormen Investitionssummen zu stemmen, ausgesprochen solide und robust ist. Wir sind sehr zuversichtlich, mit den nun beschlossenen Investitionen den Volkswagen-Konzern fit für die Zukunft zu machen. Herbert Dies hatte den Betriebsrat Ende September durch Überlegungen über einen möglichen Abbau von zehntausenden Arbeitsplätzen gegen sich aufgebracht. Auch das mit 20 Prozent an Volkswagen beteiligte Land Niedersachsen war entsetzt. Allerdings hatten die Aigner erst im Juli den Vertrag von Dies bis 2025 verlängert und seinen Kurs bestätigt, die Transformation zu einem Technologieanbieter nach dem Vorbild des US-Elektroautobauers Tesla zu beschleunigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017